Käthe Reichel war eine deutsche Schauspielerin und Friedensaktivistin. Leben Reichel, die aus einfachen Verhältnissen stammte, wuchs in Berlin-Mitte in einem Hinterhof auf. Ihre Eltern gehörten der Arbeiterschicht an, in ihrer Jugend musste sie oft an Hunger leiden. Als Kind verkaufte sie Fisch in der Markthalle. Nach ihrer obligatorischen Schulausbildung lernt sie den Beruf einer Textilkauffrau. Im Anschluss ihrer kaufmännischen Lehre begann sie ohne Schauspielausbildung ihre schauspielerische Arbeit mit ersten Engagements am Theater Greiz, am Gotha-Stadttheater und am Volkstheater Rostock. In der Spielzeit 1949-1950 spielte Reichel am Volkstheater Rostock die Rolle der Telefonisten in Berthold Brecht Stück Herr Puntiller und sein Knecht. Matti Brechts Ehefrau Helene Weigel besuchte im Februar 1950 eine Aufführung der Inszenierung und machte Brecht auf die junge Schauspielerin, Waltraud Reichelt, aufmerksam. Im Oktober 1950 wurde Reichel von Brecht an das Berliner Ensemble engagiert. Reichel nannte sich fortan Käthe Reichel. Brecht erkannte das Talent der jungen Waltraud Reichelt und förderte ihre berufliche Entwicklung. Dabei entstand eine Liebesbeziehung zwischen Brecht und Reichel. Sie war in dieser Zeit Brechts letzte Geliebte. Brecht schrieb für Reichel im Jahre 1950 vier Liebeslieder. Die Lieder wurden im Oktober 1951 von Paul Dessau als Liedzyklus Vier Liebeslieder vertont. Brecht besetzte Reichel in seinem Theaterstück Die Mutter. Die Premiere fand im Januar 1951 unter Brechts Regie statt. Reichel trat am Berliner Ensemble in vielen Inszenierungen Brechts und Benno Bessens auf. Wichtige Rollen dort waren Gusschen in Brechts Bearbeitung von Lenz der Hofmeister, Gretchen in Urfaust, die Titelrolle in Brecht, Segels der Prozess der Gendars zu Ruen 1431, Mert Ruine in Don Juan, die Gouverneursfrau Natalia Apavili in der kaukasische Kreidekreis und die Doppelrolle Schentee Schuita in der Gute Mensch von Saison. 1955 spielte sie an den städtischen Bühnen Frankfurt ebenfalls die Rolle der Marktgrusche in der kaukasische Kreidekreis. Regie führte Harry Buckwitz. In der Spielzeit 1955-1956 still gastierte sie am Volkstheater Rostock als Schentee Schuita. 1956 spielte sie an den städtischen Bühnen Wuppertal die Titelrolle in Schoss Schauspiel Die Heilige Johanna. 1965 gastierte sie mit dieser Rolle, nochmals im Westen, am Nationaltheater Mannheim. 1959 trat sie am Volkstheater Rostock als Bolli in Brecht-Walz die Drei Groschenoper auf. 1961 spielte sie am Schauspielhaus Stuttgart erstmals die Titelrolle in Brechtstück Die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Sie wurde in der Rolle der Johanna Dag in Stuttgart ausgebucht. Im selben Jahr trat sie in dieser Rolle auch am Volkstheater Rostock auf. Ab 2000-2001 trug Reichel Brechts Johanna der Schlachthöfe in einer eigenen Lesefassung als ein Personenstück vor. Seit der Spielzeit 1960-1961 still gehörte sie dem Ensemble des Deutschen Theaters an. Dort war sie bis 2001 festes Ensemble-Mitglied. Zu ihren Rollen am Deutschen Theater gehörten die Titelrolle in Minna von Barnhelm, Julia in Zwei Herren aus Verona, Sophie von Beyskopf in dem Schauspiel 1913 von Karl Sternheim, Die Nachbarin in Sien-O-Casis Theaterstück Juno und der Pfau, Die Botin in Sophocles, Hülderlin, Heiner Müllers, Oedipus, Thüran sowie in späteren Jahren als Frau Brigitte in der zerbrochene Krug, sowie in das Kädchen von Heilbronn und zuletzt in der kaukasische Kreidekreis jeweils unter der Regie von Thomas Langhoff. 1982 gastierte sie am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Sie übernahm unter der Regie von Nils Peter Rudolf die Rolle der alten Frau in Peter Handgay dramatischem Gedicht über die Dörfer. Ab 1951 war Reichel auch im Bereich der Film- und Fernseharbeit tätig. Ihr Filmdebüt gab sie in einer kleinen Rolle unter der Regie von Arthur Pohl in dem Spielfilm Corinna Schmidt, der auf Theodor Fontanes Romanfrau Jenny Treibel basiert. Erst Ende der 1950er Jahre nahm sie ihre Filmtätigkeit wieder auf. In dem Gegenwartsfilm die Feststellung war sie als Mechaniker inzusehen. Fortan wirkte Reichel in mehreren Produktionen der DEFA und des DFF mit. Reichel spielte meist skurrile Gestalten und Volksfiguren, die sie nicht primär realistisch, sondern stets mit einem Hauch von Verfremdung anlegte. Häufig war Reichel dabei auf prägnante Nebenrollen festgelegt. Als Bäuerin Ulrike in dem Märchenfilm Wie heiratet man einen König? Von Rainer Simon als Sachbearbeiterin in Nebelnacht, als Wirtin der Studentin Karin in Mein Lieber Robinson von Roland Gref und als Lucy Matewski, genannt Gold Lucy in Leichensache Zanik. Zu Reichels kurilen Figuren gehörte auch ihre kleine, aber einprägsame, unverwechselbare Rolle als schrille Frau des Schaubudenbesitzers in dem Spielfilm Die Legende von Paul und Paula. In dem Fernsehmehrteiler Daniel Druskat spielte sie ein einfaches, schlichtes Dienstmädchen mit tragikomischen Zügen eine Rolle, in der sie die Hauptdarsteller zeitweise in den Hintergrund treten ließ. 1979-1980 hatte sie eine ihrer wenigen Filmhauptrollen, die Titelrolle in dem Fernsehfilm Mume Mele. Der Film lehnt sich an die Lebensgeschichte der Kommunistin und Spionin Ruth Werner an. Reichel spielte unter der Regie von Thomas Langhoff die Rolle der einfachen, unpolitischen Kinderfrau Wilhelmine Kegel-Lang, die im schweizerischen Hochgebirge bei einer Kundschaft Erin und deren Familie arbeitet. Durch ihre Rätseligkeit bringt sie ihre Arbeitgeberin und deren Familienmitglieder jedoch in große Gefahr. Eine weitere bedeutende Rolle hatte sie als Josepha Feller, der Frau des katholischen Predigers Feller, in dem Filmdrama Lerwinsmühle. Die Filmszene in der Reichel an der Seite von Andrzej Schalowski das Lied »Hei hei hei« »Hei« »Macht das Jutchen ein Geschrei« »Singt« wurde bekannt. In dem Spielfilm »Glück im Hinterhaus« verkörperte sie die Nachbarin Frau Wolf, die frühere beste Freundin der Mutter der Praktikantin Fr. L. Broder. Für ihre Rolle als Zuchthausleiterin Olsa in dem Spielfilm »Die Verlobte« erhielt sie 1982 auf dem 2. Nationalen Spielfilm-Festival der DDR den Nebendarstellerpreis. In dem DDR-Fernsehfilm »Der Schimmelreiter« verkörperte sie die Rolle der Hebamme drin. In der mehrteiligen Literaturverfilmung »Der Laden« hatte Reichel eine ihrer letzten Filmrollen. 1994 war sie Jurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises. In der im Jahr 2000 Uhr aufgeführten Filmbiografie »Abschied«, Brechts letzter Sommer verkörperte die deutsche Schauspielerin »Janette Heinkete« Reichel. 2006 erschien das Buch »Windbriefe an den Herrn B. B.« In dem Buch schreibt Reichel »45 Windbriefe an Bertolt Brecht«, in denen sie auch Marotten und Arbeitsweisen ihres Geliebten beschreibt. 2011 veröffentlichte sie unter dem Titel »Dämmerstunde« erzählt es aus der Kindheit eine Autobiografie ihrer Kindheit. Käthe Reichel war unverheiratet. Sie lebte nach dem Suizid ihres einzigen Sohnes alleine in ihrer Wohnung in Berlin und weit des Deutschen Theaters. Sie verstarb im Alter von 86 Jahren in ihrem Haus in Burkow. Brecht hatte das Anwesen am Burkow-Sinn 1952 für Käthe Reichel gekauft. Am 9. November 2012 wurde sie auf dem I. französischen Friedhof in Berlin-Mitte beigesetzt. »Politisches Engagement« Reichel galt in der DDR aufgrund ihrer nonkonformistischen Haltung als kritische Künstlerin. Für das Ministerium für Staatssicherheit galt sie als das kontrrevolutionäre Zentrum des Deutschen Theaters. Über den Einmarsch der »Warschauer Paktstaaten« in die Tschechoslowakei im Jahr 1968 äußerte sie sich kritisch in der Öffentlichkeit. Ihre für die Obrigkeit in der DDR unbequeme Position verdeutlichte sie 1976, als sie gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR protestierte. Am 4. November 1989 nahm sie an der Alexanderplatz-Demonstration teil. Sie gehörte zu den Mietorganisatoren der Kundgebung. Am 5. April 1990 sprach sie im Lustgarten zu rund 100.000 Teilnehmern einer Demonstration gegen den Umtauschkurs 2 zu 1 für die Mark der DDR im Rahmen der geplanten Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Am 4. November 1990 polemisierte sie gegen Krause und Messier, die das Land verkauft, verschachert, verraten hätten und warnte, dass sich das Volk des Satzes wieder erinnern werde, mit dem es vor einem Jahr einen Staat gestürzt habe. Wir sind das Volk. Im Januar 1991 demonstrierte sie mit einem Plakat »Mütter, versteckt eure Söhne« gegen den Golfkrieg. 1993 unterstützte sie den Hungerstreik von Bergleuten der vor der Schließung stehenden Kali-Grube-Bischof Farode unter anderem mit einem offenen Brief an die Präsidentin der Treuhandanstalt Birgit Breul. 1995 96. kritisierte sie die Kriegführung Russlands in Tschetschenien und schlug das Komitee der Soldatenmütter Russlands für den Friedensnobelpreis vor. 2006 engagierte sie sich für einen Berliner Heinrich-Heine-Preis für Peter Handke, nachdem diesen der Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf, für den ihn die Jury nominiert hatte, wegen seiner Haltung zu Slobodan Milosevic verweigert worden war. Das 2001 gegründete internationale Komitee Slobodan Milosevic zählte Käthe Reichel zu seinen Unterstützern. Filmografie 1951 Corinna Schmidt Regie Arthur Pohl 1958 Die Mutter 1958 Die Feststellung Regie Herbert Fischer 1958 Der kaukasische Kreidekreis Regie Franz Peterwirt 1969 Wie heiratet man einen König? Regie Rainer Simon 1969 Nebelnacht Regie Helmut Nitschke 1970 Mein lieber Robinson Regie Roland Gref 1971 Du und ich und Klein Paris Regie Werner W. Weiroth 1971 Männer ohne Bart 1972 Leichensache Zanik Regie Helmut Nitschke 1973 Die Legende von Paul und Paula Regie Heiner Caro 1974 1974 Johannes Kepler 1976 Daniel Druskart Regie Lothar Bellack 1976 Das Licht auf dem Galgen Regie Helmut Nitschke 1979 Spuk unterm Riesenrad Regie Günther Mayer 1979 Mume Mele Regie Thomas Langhoff 1979 Zünd an es kommt die Feuerwehr Regie Rainer Simon Reiner Simon Glück im Hinterhaus Regie Hermann Schoche 1980 Lewins Mühle Regie Horst Seemann 1980 Die Verlobte Regie Günther Rücker Günther Reisch 1981 polizei polizeiruf 110 polizei ruf 110 albtraum Regie peter vogel 1981 1981 1988 still jet up und büll Regie Rainer Simon Rainer Simon 1981 Pugowitzer Regie Jürgen Brauer 1982 Spuk im Hochhaus Regie Günther Mayer 1983 Ärzten in Regie Horst Seemann 1984 polizeiruf 110 das vergessene Labor Regie Hans Werner 1984 der Schimmelreiter Regie Klaus Gendries 1988 Polizeiruf 110 eifersucht Regie Bernd Böhlich 1988 die Weihnachtsgans Auguste Regie Bodo Fürneisen 1989 Pestalozis Berg Regie Peter von Gunten 1991 Zwischen Pankow und Seelendorf Regie Horst Seemann 1991 Faßmann oder zu Fuß in die Sackgasse Regie Roland Oehme 1992 Miraculie Regie Ulrich Weiß 1992 Die Spur des Bernsteinzimmers Regie Roland Gref 1998 Der Laden Regie Jo Bayer 2014 777 Vom Suchen Regie Daniel G. Schwarz 2014 Aus den Träumen eines Küchenmädchens Hörspiele 1977 1977 Juri Trifono Der Tausch Regie Joachim Staritz 1977 Samuel Mastschak Das Katzenhaus Regie Jürgen Schmidt 1977 James Turber Walter Mittis Geheimleben Regie Achim Scholz 1978 1978 Hans Rosenrot und Prinzessin Hans Rosenrot und Prinzessin Lilienweiß oder die bezauberte Lilie Regie Joachim Staritz 1981 Joachim Bremer Der Doppelgänger Regie Achim Scholz 1981 Günther Eich Träume Regie Peter Gröger 1983 Hans Christian Andersen Die Schneekönigin Regie Rainer Schwarz 1984 Albert Wendt Vogelkopf Regie Norbert Speer 1984 Berthold Brecht Furcht und Elend des Dritten Reiches Regie Achim Scholz 1984 Gebrüder Grimm Der Teufel mit den drei goldenen Haaren Regie Marita Hübner 1991 Gerhard Zwerenz Des Meisterschüler Regie Hans-Gerd Krogmann 2003 Dylan Thomas Unter dem Milchwald Regie Götz Fritsch Auszeichnungen 1978 Kunstpreis der DDR 1992 Verdienstorden des Landes Berlin 2000 Menschenrechtspreis der Gesellschaft für Bürgerrechte und Menschenwürde